Hallo meine Freunde, wir gehen jetzt in Inter Discount ein neues Headset kaufen, weil die andere Qualität vom Playstation Headset dazu ist einfach nicht gut, die Qualität. Wegen dem gehen wir jetzt in Inter Discount ein Headset kaufen. Ciao, wir sehen uns in Inter Discount wieder. Ciao, wir sind bei Inter Discount angekommen und ja, jetzt treten wir mal ein. So, hier sieht man diese zwei Headsets und ja, von diesen hier würde ich entscheiden, weil dieses hier ist keine gute Qualität. Diese hier sind sehr gute Qualitäten und jetzt schauen wir die mal. Hier von einer anderen Marke als von Sony, weil das ist extra für die Playstation gemacht. Und ja, was nehmen wir wohl? Das hier. Wir nehmen das hier und wir gehen jetzt zu der Kasse. So, ich habe es in Inter Discount gekauft und ja, ich nehme es mal als Dirk und Kopp und das ist die Küche weg. So, hier ist das neue Headset. So, ich nehme ich raus. So, ich nehme diese Treibigkeit. Vielen Dank.